Nein, man hasst natürlich Typen, wo man sich zu Hause umzieht oder so. Natürlich zählt der Mensch natürlich auch in Jeans. Ich hasse das, wenn die Frau sogar alleine ausgeht oder sexy. Wenn die Frau sogar alleine sexy ausgeht und das hasse ich eben schon. Ja, natürlich Betrug, was das soll und wäre es Juli ja in der Geschichtsschreibung. Ja, natürlich ist das auch wirklich Arsch, also sehr gewaltig ist natürlich wirklich, wirklich Arsch. Nur, weiß ich nicht. Es ist passiert, weil ich liebe dich über alles. Und es ist passiert, weil ich liebe dich über alles. So Phillips. so